weil fake news hier gibt es keine fake news ich setze ein wort rein wir kommen in der fluss warte mal auf den lane gehen komm aber die sichere rote nur flamme hier die Chile Ich ruft der Blum über den einfach den Kopf an, liebt mich nicht. Warum bin ich eigentlich nicht in den Busch gegangen, bin ich irgendwie ein bisschen stupid? Ich wollte es nicht. Ich weiß nicht, wer von den beiden ist ja Support Viertel. Ja. Scheiße. Jetzt, ja wohl, ne kannst du nicht. Hey, alles gut. Okay. Wird spannend. Das auf jeden Fall. Natürlich hat Brent Warkar Rüst. Wer da mit seiner scheiß Flamme sollte, so ein riesen Reich heute. Raus da. Ich bin schon raus. Smalltalk war nicht wirklich Teil meines Trainings. Kannst du bitte entweder dich heilen oder was auch immer? Ich habe nichts mehr zum Heilen. Mein Pott ist schon weg. Oh, ich bin auf dem Weg nach unten. Das ist genau der andere von Brent. Der ist halt so mega ätzend. Der zweite Kabel-Stack. Das wird richtig Stress machen. Das müssen wir extra safe spielen. Ich kann erstmal Boots mitnehmen. Und nochmal einen Pott mitnehmen. Und... Boah. Ach, Quatsch. Entschuldigung. Was ist auf da? Zu weit gelaufen. Zu weit gelaufen. Und der spielt mit der Karvest. Ja, und der hat schon seinen dritten Stack, ey. Oh, fuck. Das ist nicht sein Ernst. Ja, okay. Heile ich halt so als Wichser. Alter, dass ich jedes verfickte Mal reinrenne. Ja. So. Das Licht soll sonst werden, das Licht zu hören. Läuft jetzt halt so semi-geil, ne? Wenn der Fiddle da seinen komischen Rahmen schickt, wäre geil, wenn wir nicht zu nah aneinander stehen. Gleich da. Wenn's nur der Fiddle wäre. Oh, natürlich kann ich durch den Brandschaden. Ne, ich muss einmal zurück. Oh, bin auf dem Weg. Wenn man erträgt und zwar noch weiß, wie man atmet essen, aber nicht kann. Jetzt hat der Brand auch noch Hulti. Natürlich hat der Fiddle auch noch Stopwatch. Ich habe bisher das Gefühl, ich werde gleich auch ein Tank-Item bauen müssen. Das wäre vielleicht keine Dome EG. Oh scheiße. Das war meine Schuld. Das war meine Schuld. Ich glaube, der Lee Sinner will hier nicht runterkommen. Ich habe das Gefühl, dass wir die Kay zu Tode ganken. Ja, wir, das bringt nichts. Ja, okay, Stil. Hat die Sins Arbeit doch was gebracht. Zeichen Doppelbuff. Hohohoho. Hoffentlich bringt der auch was. Wenn du vergisst, dass du ein perfektes Cleanse hast. Jetzt hat er natürlich den Buff. Oh. Alles, was geschehen ist. Es sollte nicht sinnlos gewesen sein. Es soll copyright und毋. Ich denke, der Doppelbuff. Jetzt hat er noch etwas an der Zeit. Okay. Das ist oke. Ich habe jetzt einen Kielgeber. Die Vergangenheit ist wie eine Welle, und sie kommen immer zurück. Es fehlt halt so ein Mini-Quinnchen an Schaden. Es ist ja schön, dass die Fiora kommt. Oh nein, der kommt angesprungen. Oh nein. Ich schmeiß mein Ding natürlich genau dazwischen. Oh nein. 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 Oh. Hey. warum ist denn unser wort ständig weg ist jetzt doch da immer einen rein so sind ja die permanent weg keine ahnung das ist das verdammt was ne alles gut das war ja unser control ward ja Äh, natürlich jagen die jetzt. Warte, ge- oh, Wahnsinn. Oh, kommt schon die. Komm schon. Nice. Schön. Ich komm, helfe. Immer wieder runter. Ich wollte schon grad fragen, tun wir jetzt in die Mitte, warum? Fiddle. Ja, ich hab ihn gesehen. Deswegen hab ich da im Dreieck den Mord reingesetzt. Es fließt noch immer Blut durch meinen Körper, aber ich werde nie wieder dieselbe sein. Was tun die da? Okay, da sind sie wieder. Ja. Na, noch ein Stück. Oh scheiße, die Evelyn. Scheiße. Aber, das ist so, dass du alles gut verstanden hast. Ich bin glücklich, dass du das Ausrufezeichen verloren hast. Ich bin glücklich. 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 ja gut, das war dumm von mir oh, da ist aber gerade mal unser ganzes Team tot ich gehe mal Richtung Kale in der Mitte natürlich, der eine Minion, der da steht boah, kostet mich das an, ey oh, ich konnte, ich konnte dir nein nein, nicht verbrennen, nicht verbrennen verbrannt Naja ich hatte kein äh... Alles gut. Was ist das? Cheat. Ah, ok. Ne, doppelmage. Geh auch nicht. Ne doppelmage-Portline, ey. Guck mal, ich baue schon Magic Resistor. Warum soll das? Why? Warum müssen die so hart? Weil die schon Level 13 ist. Ich drehe uns da durch. Shit, 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 shit. Will ich wissen warum du da geflasht bist? Ich wollte eigentlich der... der Evelyn Kuda ausweichen. Nachdem meine W schon nicht getroffen hat. Ok, Kale. Ja, Kale am Blue-Buff. Shit, Evelyn? Ich bin alguém. Ich bin überzeugt. Ich habe deinem Ball verliessen. Das macht die Antien... Wie могут das wohl nicht belastet werden kann ? Ich... Ihr das macht also nicht preferen. Doch ich bincn сейчас. Hast du den Toten noch? Ich bin decade alt. die durchsicht überlaufen können ich hab ja nicht erwischt wo ist gesagt dass sie doch dass sie immer noch da ist natürlich denkst du ja nie ist klar können die bitte hätten wir nicht nicht und hinterher da da lebt doch keiner mehr oder doch und er ist nach unten gelaufen und er ist nach unten gelaufen es ist ja schön dass der wolkendrache lebendig ist und momentan in der lage den irgendwie zu fighten oder so ich glaube nicht ich denke dass man da vielleicht ein bisschen gucken müsste ja 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 nice ey der Yi trägt uns süßes Game ey irgendwas muss er hermachen kann er bitte nicht natürlich klatscht er die jetzt ob er dann hä denn Darius kann da klatschen ja das ist nicht das große Problem Okay, da bitte mal. Nulux! Oh, ein Auto-Attack! Ein Auto-Attack! Hättet ihr nicht irgendwas schmeißen können, ey. Hätt' ich die Zeit für Ulti noch gehabt, oder hätt' ich auch nicht. Nice tuttodalabitüten Brand, ja. Oh crap. Ich wollte Gott sagen, bitte schmeiß doch auch da was rein, ja. Nice. Wup wup wup. So mein Benji ist jetzt endlich auch. Ich bin zerstörbar. Und ich auch nicht. Ich bin zerstörbar. Ich hab gehört wir gehen alle zurück. Keine blöde Idee. Ich bin zerstörbar. Nein. Nein. Noch ein Luchs. Ich bin zerstörbar. Scheiße. Warte, die weiß ich, dass wir Award drin haben. Nice. Ja, ist ja gut. Ich spoutine hier ja schon rüber. Ich bin zerstörbar. Ich bin zerstörbar. Oh ja, passiert doch nichts. Da ist doch doch... Mein zweites Leben vor mir. Ja, klar, die Dräger war weg. Okay, er will das ja... Okay, er will das ja... Raus, 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 raus. Sind wir den Barren Buff nicht verlieren, ehrlich gesagt. Oh, verstehe ich gut. Jetzt wird hier das langsam interessant. Jetzt deckt sich, der Kabel deckt sich. Oh, shit. Ja, dann roll die Luft. Alter, jetzt sei mal ein bisschen erschrocken, du. Uff. Zinn auf. Alter. Eieieieiei. Nu. Und, weiß ich noch. Ja. Ja, der ist lost. Ja. 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 Mhm. Es ist nicht deine Schlacht. 25. Seele. 29 Dark Harvestix, ey. Machst du momentan nicht viel gegen den Brand, wenn der mal richtig reinballern will. Ne, da ist mir noch drunter. Oh shit, da war die Brand Ulti mit dabei. Okay, der Tower ist lost. Ah, der Baron ist lost. Machen die den nicht weiter? Ne, du Brand Ulti hat uns da halt reingeballert. Scheiße. Alles was geschehen ist. Es sollte nicht sinnlos gewesen sein. Okay. 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 Und was? Was war das bitte? Was war das? Was war das? Was war das? Das war's für heute. Das ist dein Ernst jetzt? Hat es einen Unterschied gemacht? Meine Fresse, noch ein Sadie Kale. Nur normal, ne? Doppelmehs Postley noch. Mit Prenten auch noch. Bleh.